Hallo und willkommen. Können Sie das Spiel live verfolgen auf dem Kanal Sky Bundesliga 2 HD des neunten Spieltags der zweiten Bundesliga SPVGG Gräuter Fürth FC Nürnberg. Diesen Sonntag, 20. Oktober 2024 um 13 Uhr 30 Minuten. Das Endergebnis wird nach Ende des Spiels in der Videobeschreibung hinzugefügt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.